So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist passiert, Ramses ist zurück. Gerade frisch aus München, heute Mittwoch war die Rückfahrt. Ich bin jetzt um 11 Uhr losgefahren, 4 Stunden irgendwas, bin jetzt gerade in Hildburghausen angekommen, packe gerade meine Sachen aus da drüben. Zwei wichtige Dinge habe ich verpasst. Die Ankündigung zum Community Day und die Ankündigung über den Februar, die Raid-Bosse, die Events, die Spotlight-Stunden, sonst was. Das Februar-Zeugs, das kennt ihr sicherlich jetzt schon alle, werden wir aber in einem Extra-Video behandeln, machen das chronologisch. Gucken wir mal kurz wegen dem Community Day, denn das ist auch ein wichtiges Thema. Da möchte ich gerne meinen Senf dazugeben oder die informieren, die es noch gar nicht mitbekommen haben. Meine Stimme ist auch ein bisschen kaputt. Dann möchte ich gleich noch sagen, dass 18 Uhr natürlich heute trotzdem wieder Raid-Stunde ist. Ich habe das extra so gemacht, dass ich 18 Uhr, ach, dass ich Raid-Stunde mitnehme letzte Woche, dann Donnerstag gehe und extra Mittwoch zur Raid-Stunde wieder da bin. Weil die ist mir heilig, weil das mein Lieblingsformat ist. Community Day im Februar 2022 mit Hopspross vom Winde verweht. Ich weiß jetzt schon wieder, 90% der Leute sind genervt, kriegen das blanke Kotzen und sagen, boah, ne, was will man denn damit? Aber wer hat denn gesagt, dass der Community Day immer dazu da ist, dass es starke Pokémon ins Spiel schaffen, mit denen ihr alles zerberstet? Community Day, meiner Meinung nach, war dazu da, bestehende Pokémon, die es gibt, als Shiny zu veröffentlichen. Was natürlich auch nicht ganz richtig war, weil es ja dann noch Community Days gab von Pokémon, die vorher schon als Shiny im Spiel waren. Also ist Community Day im Prinzip wie eine Spotlight-Stunde, wo einfach ein bestimmtes Pokémon ins Rampenlicht gestellt wird. Und statt nur eine Stunde waren das eben drei Stunden mit besonderen Boni, allem drum und dran. Es ist also eine riesengroße Rampenfete, nicht Stunde. Und Hopspross passt mir eigentlich ganz gut. Papunga, die Weiterentwicklung, ist eh ein Insider. Die Tunga sind wieder am Start, Papunga. Und es ist ein Pokémon, was es jetzt noch nicht als Shiny gibt. Also wir kriegen drei neue Shinies beim Community Day. Es ist was Neues, es ist nichts Altes, Aufgewärmtes. Es ist ein neues Shiny, beziehungsweise drei neue Shinies. Das Ganze findet wieder am Samstag statt, nämlich am 12. Februar. Wieder sechs Stunden, eben durch Koronis bedingt, immer noch besondere Pokémon. Hopspross erscheinen vermehrt in der Wildnis. Ja, das hätte man sich jetzt denken können. Dann exklusive Attacke Papunga, erlernen die Ladeattacke Akrobatik. Akrobatik, Trainerkämpfe 110 Schaden, Arena-Raid-Kämpfe 100 Schaden. Für Raids, denke ich mal, ist das trotzdem total irrelevant, weil du das jetzt nicht unbedingt in Raids nutzt. Ich glaube, die räumen die Tasche schon aus. Für GBL könnte es natürlich wieder interessant sein. Ich bin jetzt nicht so in der GBL. Weil, das werdet ihr mir sicherlich wieder sagen und eure Meinung dazu sagen, es wird wieder eine Spezialforschung geben für 99 Cent. Die werde ich mir auf jeden Fall holen. Die hole ich mir immer. Jeden Monat wird sich einmal diese Spezialforschung gönnen, denn ich feiere das, wenn du da bestimmte Kapitel hast zum Abarbeiten, bestimmte Aufgabenstellungen. Die Pokémon-Begegnungen sind immer was ganz Cooles, Besonderes. Plus die Items, den Staub und die EP, die du da rauskriegst, ist meiner Meinung nach jeden Cent wert. Und es sind ja nur 99 Cent. Also das, für euer Hobby könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr es nicht holt, verpasst ihr auch nichts, also ist eigentlich auch egal. Und Event-Bony, es gibt dieses Mal so viele Event-Bony, auch Sachen, die es noch nie gab. Es gibt dreifachen Staub fürs Fangen. Die Leute drehen durch. Staub, eh das Heftigste im Spiel, das ist die wichtigste Ressource. Dreifacher Staub, freuen sich die Leute immer, wenn sowas kommt. Es gibt wieder 3 Stunden Lockmodule, 3 Stunden Rauch. Wisst ihr Bescheid. Fotobombs können da machen, die ich jedes Mal vergesse. Hopspross und Hubelupf erscheinen in Parks. Okay. Aber eigentlich auch nicht in Parks, aber halt auch eben da. Für in Parks gefangene Hubelupf erhaltet ihr zusätzliche XL. Guckt also mal, ob ihr vielleicht trotzdem eine Grünfläche habt, wo ihr spielt. Falls es euch möglich ist, dann müssten da auch direkt Hubelupf erscheinen. Also schon auch weitere Entwicklungen mit dabei. Und ihr kriegt zusätzliche XL. Also wer da wirklich auf Bonbonjagd gehen will, hat da vielleicht eine gute Chance. Und was jetzt, was ich nicht kenne, was ich das erste Mal sehe, während des Events und bis zu 2 Stunden danach, erhaltet ihr bis zu 3 Raid-Passe von Arenen. Also man merkt, es soll trotzdem wieder ein bisschen raus, soll ich bewegen, vor Ort sein. Weil das werden sicherlich keine Fan-Raid-Passe sein. Das wird wie bei einem Raid-Tag sein, dass man eben vor Ort, wo man halt 5 Passe bekommen hat, jetzt 3 bekommt, die man sicherlich nicht sammeln kann. Sondern wenn man einen verbraucht hat, da hält man noch einen. Denn also wer in diesen 6 Stunden unterwegs ist mit seinen Homies und dann einen Raid macht, der kann 3 kostenlose Raids machen. Also feiert diesen Community Day. 3 neue Shinies, 3 kostenlose Raid-Passe, 1 dicker Adi und 3-fach Staub macht es für mich eigentlich schon zu einem richtig coolen Community Day. Den ich sogar, ja den ich chilliger finde als Bisa Samen, aber Bisa Samen war ein Zusatz, also beschweren wir uns da auch nicht. Eventboxen, da rede ich nie drüber. Guck rein, was es alles im Shop gibt. Ich habe mir noch nie eine Eventbox gekauft. Und Sticker, ja, Sticker reden wir auch nicht drüber. Also ich feiere den Community Day auf jeden Fall. Werde gespannt sein, den werde ich auf jeden Fall nicht draußen streamen, weil ich nie wieder draußen einen Community Day streamen werde. Und ich habe daraus gelernt, mein Datenvolumen bleibt bei mir. Wir werden aber wieder hier ein bisschen sitzen zusammen, vielleicht wieder ein oder den anderen Raid machen, wenn was in der Nähe ist auch. Die Levelaufstiege machen und deswegen, was sagt ihr, was ist eure Meinung zum Hopspross Community Day? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns 18 Uhr wieder in der Raid Mania. Da freue ich mich auf eure Einladungen für Riggi Ice. Und da schätzt ihr nicht, der hält einiges aus. Und morgen oder so gucke ich mal, dass ich noch das für den Februar mache. Da wird es nämlich auch mega interessant, was es da alles gibt. Wie lange das da ist. Und was das für uns bedeutet, für mich bedeutet, aber auch für euch, von unserer Seite aus, wie man das auch bei Raids für Zuschauer regelt, wenn bestimmte Pokémon nur drei Tage da sind, als shiny erhältlich, man die eh nicht tauschen kann. Also ihr die selbst euch erraten müsstet, das ist... Niantic weiß schon, wie es macht, die Leute so einfach nur komplett fertig zu machen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.